Hey! Ich habe heute das perfekte Malen gegen Langeweile für die Weihnachtszeit für euch. Ihr müsst zuerst mal schwarze Linien so ganz kreuz und quer auf das Blatt zeichnen und dann immer links und rechts abwechseln zur kleine Rechtecke. Das wäre nämlich die Fassung für unsere Lichter. Und ihr seht schon, das wird eine Lichterkette. Die könnt ihr jetzt mit bunten Lichtern füllen und dann mit so einem hellen Gelb einmal außen umrahmen. Dann wird die einfach so schön beleuchtet und ihr könnt sogar als Weihnachtskarte benutzen.